80 Oh, das ist cool gemacht Die erste Welt Und damit, meine lieben Freunde, begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Super Mario Maker 2 One Subscriber Level Per Day An dieser Stelle erstmal danke für eure Gesamtunterstützung an jeden einzelnen Supporter, an jedes einzelne Kanalmitglied, an jeden einzelnen Trudianer Denn nur dank euch ist diese Serie mittlerweile bei über 170 Leveln angekommen Also, so viele werden es glaube ich, oder warte mal, bei welcher Folge sind wir denn jetzt heute eigentlich? Bei 146, aber bei 170 mittlerweile haben wir eingereichte Level oder beziehungsweise eingetragene Level Weil ich ja von den Kanalmitgliedern an die Level entsprechend alle spiele und alle raussuche So, puh, das war jetzt 35 Jahre Super Mario Brothers von Michi2308 Er war mein Kanalmitglied, ist jetzt wieder Kanalmitglied Und, ja Jetzt heißt es, ein Level von ihm 73,26% Abschlussrate, 74 erfolgreich von nur in einem Versuch Lasst es uns anschauen Warum nicht? 35 Jahre Super Mario Brothers Erreiche das Ziel in einem Koopa-Auto Oh Koopa-Auto, okay Start 1985 Oh, das ist cool gemacht Die erste Welt Oh mein Gott, wir gehen in Bowser seinen Schlund rein Mario 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 Okay Super Mario Brothers stand da Ein Goomba, ein Gubelvillie. Peach, Luigi, Toad. Mario, Luigi, Nintendo. Okay. Ein schönes Präsentationslevel. Ich hätte es jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, besser gefunden, wenn du wirklich so jedes Jahr versucht hättest. Also, ich gehe jetzt nochmal rein. Wenn du wirklich jedes einzelne Jahr versucht hättest, irgendwie optisch darzustellen, du hast ja jetzt hier Start gesagt, hast dann hier gesagt, 19, 85. Und bist dann schlussendlich hier gelandet. Soweit ist ja alles in Ordnung. Bis hierhin würde ich sagen, geile Idee. Und jetzt hätte ich halt, ich erwartet, ach, jetzt kommt dann gleich Super Mario Bros. 2 oder der Anfang von Lost Levels 2 oder, oder, oder. Wo du dann halt auch das Anfang des Levels nachgebaut hättest. Das wäre exquisit gewesen. Ich glaube, das kann man gar nicht verbessern. Von der Zeit her. Ich glaube, der hat das schon extra so gemacht, der den Rekord-Bolt hat. Klar, du hast jetzt verschiedene Themen angesprochen. Das ist einfach nur doof von mir. Ich habe Mario zerstört und will die. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Aber ansonsten, ein gutes Level, mal schöne Abwechslung zu den ganzen Schweren, mal was optisch Schönes. Von dem her gibt es da auch ein Toll von mir. Dann sage ich danke für die Einsendung, bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Trotrein. Tschö, tschö. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Tschö, tschö. 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 Bis zum nächsten Mal.